so und dann schaue ich mir mal welche Nummer schaue ich mir denn mal an ich will mal eine andere nehmen darum zum angucken ja so ist wahrscheinlich bis zur vier wenn dann die fünf weiterkommt ah ah ich weiß bis heute nicht wann da also wir sind hinter dieser Welt ok das ist etwas ach so die die leben ja dann wird das trete ihn mal weg ok aber mein komm äh ah oh das war fast die ist aber leichter als die andere finde ich boah sechs hab ich gerade genommen ich würde es nicht tun ich mach es du weißt doch wie es gerade war ja ich weiß ok danke und los oh da hat sich wieder geduckt ich hasse das egal 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 weiß meine Güte das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen so jetzt muss ich mich ganz vorsichtig wieder anstellen Minji so warte mal hui sehr gut das war riskant und gewagt lieber Elis war es das? ich dachte beim letzten mal ging das noch mit dem Abstand so du machst da hinten sauber danke ok war hier das Ende ist hier das Ende gab es hier nicht noch ein Power-Up ich bin für mich verarscht hm war es doch der Mooshaufen achso meine mit Nase Moment ach Mensch aus dem Popel hm besser ich bin so ein kleiner gründer Blob weißt du so ein Level 1 Ding was bei jedem RPG rumrennt ja guck der sieht mich nicht der sucht mich aber ich leite ach ich finde das okay in dem Moment bleibt auf zu fliegen ist gut sehr schön ich will einfach mal sagen du schaffst das hier so ich bin die tolle Tarnung Moosh wächst immer in Richtung Zivilisation ah ah das ist echt hässlich wo kommt das überhaupt her so gib mir einen Pilz danke yeah ich bin mega Moosh achso jetzt macht er ja den Mist Kugel? Kugel ich werde jetzt immer mit dem Spin Jump da drüber machen das ist mir sicher wahr jetzt schießt er gleich seine Dinge er ist wieder Weihnachtsmann der schwenkt hier Spielzeug guck ja Bulling Kugel direkt auf den Kopf achso oh nice oh nice jawoll was ging jetzt? ich dachte er wäre schon besiegt ne ne du kriegst noch nen Pilz ich dachte ich krieg Peach ich möchte mit dem Pilz nein nein man musste ihn auch machen glaubt mir das wird nicht nicht so lustig wie du denkst es war bis jetzt auch schon nicht so lustig oh ich hab ja doch ne Anzeige da oben was bitte? muss ich auf ihn drauf springen? nein danke das kannst du nicht achso ich sehe was ich machen muss glaube ich nice egal nimm den Hit in bist du nice? oh verdammt ach schade der Ding gestompt so gib mir deine was auch immer und gewonnen nice yeah wer kriegt Peach? wer kriegt Peach? Mario Nation Subteil ist wahrscheinlich Mario als wäre ihr Gesicht gegen nem Spiegel gedutscht worden achso Marios Adventure is over Luigi's Adventure geht jetzt los toll dafür geht alle in Urlaub außer Luigi Mario kriegt Kuchen während Luigi sich um die ab so um die Röhre kumal verstehst du quasi sie ist verstopft genau super gibt es eigentlich mal irgendwo ne Referenz dass Mario und Luigi mal irgendwas in Richtung Klempenarbeit machen? nö oder? die Röhre na außer dass sie halt die Klamotten haben und die Röhren aber sonst jetzt ist es vor oh das ist voll gar nicht korrekt warum hat Yoshi denn sieben Eier? da kann doch eigentlich nur sechse haben laut Yoshis Story glaube ich oder? und Yoshis Island? da können auch nur sechse oder? hm 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 ich munkel noch Gott war das verrückt hm 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 Wahnsinn hm ach ja was reden wir denn noch so im Abspann? ähm weiß es nicht wie hat dir das Spiel denn gefallen? ich finde das Spiel super gut ich bereue dass ich das noch nicht gespielt hab ach es war umso schöner das jetzt hier zu machen guck mal das ist doch super äh hast du das ich hab ganz tolle informationen letztens gelesen über Smash Bros gelesen über die Demo hm ne was denn? ja jetzt eine runterladen von dem neuen Smash Bros für ein 3DS hm und es gibt übelst viele Beschwerden dass die Leute ihr Circle Pad abgebrochen haben hm hm es ist total verrückt hm ich musste ein bisschen an Flappy Bird denken wo äh die Leute den Entwickler verklagt haben dass die Randys kaputt sind weil sie es auf den Boden geschmissen haben vor Frust ja die werd jetzt gel ב Ach yes ach so hm Ach halt, guck mal wir haben alle Marios Füße das ist halt hier ein Boxernschuh wir gehen bis zum Ärmel Ach ist das super Nooo Thank you Schön Ach, sieh an, jetzt können wir noch gucken, wie der heißt Der Kleine Dieser Hothead, der ganz kleine Amazing Flying Hammer, brother Wirklich Für mich war es immer der Weihnachtsmaß Der schmeißt auch immer mit, Mann Ach, sieh mal an, die Kleine hießen, Monty Mole Vielleicht hieß der Große anders Molymond Mounty Mole vielleicht Mega Mole, ah, das ergibt Sinn Und Banzai Bill Ja, die heißt im Deutsch ja auch Raketen, Willi Verrückt Rino, Rino Und die Coopers Die am Dancen sind Die sind super Backtops Roopers Banzi biete Blargh Jetzt weiß ich wieder, warum meine erste Selbstgemachte Level-Aktion da schiefgegangen ist Ich konnte nicht genug Textboxen platzieren Ich wusste nicht, wie ich das machen soll Weil ich hatte nämlich so einen irre Wald Und du musstest halt immer die richtige Tür nehmen Und da war halt Sowas wie Welche Schuhfarbe hatte der erste Koopa im Wald Und dann hast du halt drei Türen Rot, Blau, Grün Und dann musst du halt die richtige Tür nehmen Das ist cool Wie viele Füße hat Wickler Lille Sparky Tatsächlich Ach ne, Sparky Moment, okay Lille Sparky Süß Schön No Fishbone Wie viele Gegner noch Mann, das ist ja hier Werf ich wie Ich genieße das Ich finde das gerade schön Oh, die Snore Snore Der Bosskampf ever Echa Coopers Der Link sieht ganz schön deprimiert aus Ah Larry Cooper Jr., Lemmy Cooper, Iggy Cooper, Ludwig van Cooper, Larry Cooper Das ist Luigi Diesmal kennt man ihn ja noch als Luigi Irre Boah Na, das war ja der Wahnsinn Ja, gut Entweder machen wir jetzt nur die Star Wars Oder sagen dann mal, das war's Was würdest du da machen? Ich würde die Star Wars vielleicht später fortsetzen Aber wir würden sie trotzdem gerne machen Okay, dann machen wir die noch Weil die dauert echt Okay Geht es mal weiter hier? Muss ich drücken? Kann sein Versuch mal Ich hab jetzt alle Tasten durchgedrückt Wir können auch den Part hier beenden Und machen das dann als Bonus hinten ran Das wäre vielleicht auch ne Idee Sagst du? Ja, ich denke Gut, dann mit diesem Bildschirm verabschieden wir uns Äh, sagen danke fürs Gucken Danke, dass du dabei warst Danke, dass ihr unsere Fails ausgehalten habt Euch vielleicht drüber lustig gemacht habt Oder gesagt habt Jo, so schlecht ist dies gar nicht Okay, es sieht doch schlecht aus Naja, komm, sie sollen schon nicht lügen Ja, stimmt Na denn Na denn Bis zum nächsten Mal, ne? Ja Ciao Bye